Botschaft Nummer 1193, 15, März 2018 Dies ist der Weg, um Gott wohlgefällig zu sein. Mein Kind, mein liebes Kind, sage den Kindern der Welt, dass ihre Vorbereitung bald vollendet ist und dass sie deshalb viel beten, beichten und sühnen müssen. Es verbleibt nur noch wenig Zeit, deshalb ist es so wichtig, dass unsere Kinder alle Sakramente des Herrn in Anspruch nehmen, besonders die, die ihrer Reinigung dienen. So beichtet, geliebte Kinder, die ihr seid, büßt und bereut, nehmt die Leiden meines Sohnes an und sühnt. Dies ist der Weg, meine Kinder, um Gott wohlgefällig zu sein. Nutzt die Karzeit zu eurer Reinigung und erlangt Ablässe. So viele Seelen warten auf ihre Erlösung. Bittet Jesus stets um Kraft und Durchhaltevermögen und bleibt ihm treu, meine Kinder. Ich liebe euch sehr und bringe euch diese Botschaft zu eurem Heil, damit ihr nicht verloren geht und die Herrlichkeit des neuen Königreiches erlangen könnt. Bittet, meine Kinder, und haltet euch an unser Wort. Bittet auch immer die Gebete, die wir euch in diesen Botschaften geschenkt haben. Ich liebe euch sehr. Bereitet euch vor und betet, meine Kinder. Amen. Eure Mutter im Himmel. Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. Amen.